Bitte vollenden Sie die folgenden drei Sätze in Ihrem Sinne. Unser Unternehmen steht vor der Herausforderung, dass wir uns natürlich mit den Energiekosten anpassen müssen, dass wir natürlich im Bereich des Personals ganz, ganz vorsichtig und gut agieren müssen, dass wir eben halt da schlussendlich, und das ist das Wichtigste, eben halt betriebswirtschaftlich weiter arbeiten können, dass wir die Rahmenbedingungen dafür auch bekommen. Der Standort Niedersachsen ist? Spitze. Also abwechslungsreich. Wir haben ein sehr gutes Infrastrukturnetz, was eben halt die Verkehrsanbindung hergibt. Sicherlich könnte da auch das eine oder andere nochmal ausgebaut werden, aber ich liebe dieses Bundesland. Es ist einfach wunderschön. Ich mag die Fläche genauso wie die Berge und die See. Also es ist schon schön, hier zu leben und es ist auch schön, hier sein Unternehmen zu haben. Meinem Unternehmen, unserer Branche, würde es helfen, wenn die Politik? Wenn die Politik uns gute Rahmenbedingungen im Bereich des Steuerrechts gibt, dass wir eben halt den Bereich 7% Mehrwertsteuer auf Speisen beibehalten können, dass wir das vielleicht sogar noch ausdehnen könnten auf alkoholfreie Getränke, dass wir in dem Bereich der Mitarbeitergewinnung auch gerade aus Drittstaaten auch zu einem schnelleren Umsetzung oder zu einer schnelleren Umsetzung kommen, das würde schon richtig gut was bringen. Und wen unser langes Gespräch interessiert, der findet das hier unten und auch unsere Forderung zur Landtagswahl in Niedersachsen. Viel Spaß beim Zuschauen.